Hallo zusammen, ich bin Emanuel und das ist Peter. Wir beide machen den Lehrer als Zimmermann bei der Firma Sprenger Söhne Holzbau AG. Peter ist im zweiten Lehrjahr und ich bin im vierten Lehrjahr. Heute werden wir den Betrieb etwas näher bringen und zeigen, was man als Zimmermann so macht. Kommen doch mit! Das Coole an meinem Beruf ist, dass es sehr vielfältig ist. Man arbeitet unten und draussen. Man hat viele verschiedene Maschinen, wo man lernt, wie man damit umgehen muss. Und am Abend sieht man, was man den ganzen Tag gemacht hat. Die Firma Sprenger Söhne Holzbau AG ist in Seutzach. Wir sind vor allem im Bereich Klima-Holzhäuser tätig, machen aber sonst normale Zimmermanns Arbeiten. Wir sind ein Team von etwa 30 Leuten und verstehen uns super. Wenn du Zimmermanns werden möchtest, solltest du Handwerkers Geschick mitbringen, teamfähig sein, körperlich robust sein und ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen haben. Ich hoffe, der kurze Einblick in den Berufsalltag des Zimmermanns hat dir gefallen. Wenn ja, dann bewirbt dich doch jetzt bei der Firma Sprenger Söhne Holzbau AG. Wir Apollo wett haben, nun dieplerin im Bereichühl Durmögen. Was dazu mit accurateem Beh Navigeti hat mir, dass wir hier blirien gemacht, und die Mulher sind jetzt nicht vorbeigert hat! Liegt es euch! Bei Verbindern Söhne dir.